Ein schönes Baby, Brownie. Schau mal. Was ist das? Das Mädchen oder das Mädchen? Hast du schon gedacht, Brownie? Ja, ein kleiner Zabel. Hey du, ja, hoi. Hoi. Du hast noch ein bisschen grunzen. Du hast noch ein bisschen grunzen. Bist du noch blutverschmiert, Pupfi? Jawohl, du willst schon auf die Füsse kommen, super. Ja, was sehen wir denn da? Haben wir ja einen kleinen Zabel gesehen zwischen den Beinen. Also, haben wir einen Jungen. We have a boy. Also, jetzt haben wir zwei Babygirls. Und ein Babyboy. Du bist schon kräftig hier. Dich wehren. Jawohl, komm hoch. So ist es gut. Ja, gut. Hast du es gut gemacht, Brownie? Jawohl. Hey, ganz gut. Hey. Willst du aufstehen? Ja, das ist gut. Du dich nur bewege. Dann kommt der Kreislauf einschwung. Jawohl. Hast du es gut gemacht, Brownie? Ganz gut hast du es gemacht. Was haben die anderen da hinten? Ja, komm. Du schaffst es schon fast. Ja, grunzen auch schon. Gut. Komm. Jetzt hast du es dann bald. Jawohl, komm. Gut. Ja, ja. So, wir sind etwa 10 Minuten nach der Geburt. Der Junge steht schon. Und er geht schon schauen, wo er saufen kann. Brownie macht das gut. Sie bleibt schön gerade stehen. Also ich denke, da haben wir wieder eine ganz unkomplizierte Geburt. Und wir hatten Alpaka Nummer 19. Auf der Ranch. Ja, er sucht, er sucht. Junge. Und wir brauchen schon wieder einen Namen. Und er sucht. Aber sie bleibt schön stehen. Das ist gut. Es ist ganz wichtig, dass sie erst Milch bekommen. Auch hier. Für die Tiere. Doch sie hat ihre Seite schon lange gefallen. Es war auch schon lange überfällig. Es ist alles gut. Hi Gino. Hi. Hi Kleine. Hi. Hi. Was erzählst du mir? Du kommst schon so schnell nachher. Was erzählst du mir? Hast du schon getrunken bei der Mama? Musst du mir das auch mal noch zeigen? Züngle tust du ja gut. Du. Du. Ja. Ja. Rennen tust du auch schon. Hey. Hoi. Was? Mama ruft. Mama ruft. Hallo Wohni. Hi. Hey. No. Untertitelung des ZDF, 2020